Es musste schon fast halb fünf sein, um diese Zeit war es in dieser Gegend für mich sicher. Nur Nummer sieben, der glatzköpfige Verkäufer, der um die Ecke die obdachlosen Zeitung feil bot, konnte etwas ungemütlich werden. Und in meinem Zustand sollte ich mich auf kein Spielchen mehr einlassen. Nein, es war besser, gleich in neutrales Gebiet abzutauchen und mit der U-Bahn in die fünf Stationen bis zu meinem Viertel zu fahren. Dumm nur, dass ich kein Geld hatte. Ohne viel Hoffnung steckte ich die Hand in die Hosentasche und fand tatsächlich einen Geldschein darin. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gizmo ihn nicht nur zufällig in die Jeans vergessen, sondern extra für mich hineingesteckt hatte, stand wie immer 50-50. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich in der U-Bahn anstachten. Im Funzellicht der Waggonbeleuchtung konnte ich mich im Spiegel der Scheibe sehen. Gizmo hatte recht gehabt, es gibt Spiegelbilder, auf die man verzichten kann. Ich stellte mir vor, was Jansel bei meinem Anblick sagen würde oder ob sie überhaupt in der Lage wäre, zu verstehen, was mit mir, mit uns, geschehen war. Meine Wohnung, wenn man sie denn so nennen konnte, lag hinter den Autohöfen, dort wo die Zimmer billig sind und keiner nach einem Ausweis fragt, wenn du ihm die Miete bar auf die Hand gibst. Ich hatte sogar doppeltes Glück. Weil die Vermieterin mich mochte, hatte ich die winzige Wohnung unter dem Dach bekommen. Vom Dach aus konnte ich über das große Autohaus hinweg zu den Hochhäusern am Fluß schauen. Ich musste von der U-Bahn nicht besonders weit laufen, dennoch war ich so am Ende, dass meine Gedanken sich bereits mit den Vorläufern und Traumbildern vermischten. In dieser Gegend war der St. Patrick's Day nicht angekommen. Keine grünen Flaggen und Bänder, keine Musikschalter aus den Fenstern. Im Laufen holte ich das fremde Handy hervor und gab Gizmos Standardcode ein. Ein greller Stachtoneck lang. Mit gesenktem Kopf schleppte ich mich in den taubendreckgepflasterten Innenhof, der nicht größer als eine Briefmarke war, und hinkte zu den Postkästen. Die Schrauben an der Halterung meines Postkastens waren so locker, dass es einfach war, ihn mit einem bestimmten Dreh an der Seite auszuhebeln. In dem kleinen Hohlraum, in der Mauer, wo ich den Mörtel entfernt hatte, lag mein Schlüssel. Ich hatte ihn nie bei mir, doch allmählich sollte ich mir angewöhnen, in der Stadt auch hier und da etwas Geld zu hinterlegen. Mit dem Schlüssel in der Hand lehnte ich mich stöhnend an die Hauswand und hob das Handy vor meine geschwollenen Augen. Die wichtigsten Nummern hatte ich im Kopf. Schwierig war nur das Eintippen. Ich versuchte dabei nicht, auf meine Fingernägel zu schauen. »Herr Choi«, meldete sich eine strenge Stimme. Ich hatte keine Ahnung, wie mein Chef mit Vornamen hieß, sogar wenn er sich ganz offiziell vorstellte, sagte er nur, »Ich bin Herr Choi aus Pusan.« Als gäbe es in jeder koreanischen Stadt nur einen Mann mit diesem Namen und jeder müsse ausrufen, »Ach, Sie sind das!« »Herr Choi, Jill hier!« Weiter kam ich nicht. Eine Welle von Verwünschungen brach über mich herein, die sich allesamt mit meinem fragwürdigen Charakter und meiner düsteren Zukunft als drogensüchtiger Arbeitslose auf der Müllkippe hinter der Stadt befassten. In seiner Vorstellung war jeder unter zwanzig drogensüchtig. Herr Choi beherrschte es, auch vom Tonfall her gemein zu klingen, und die Lautstärke, mit der er ins Telefon bellte, gab mir den Rest. Ich musste das Telefon von mir weghalten, um den wild pochenden Kopfschmerz zu ertragen. »Ich bin zusammengeschlagen worden«, erklärte ich, sobald Choi doch einmal Luft holte. Endlich stutzte er. Die Sekunde Pause war unendlich wohltuend. »Vor der Polizei?« kam die misstrauische Frage. »Fast hätte ich gelacht. Für Choi war's ganz klar, wer auf der dunklen Seite der Macht stand.« »Nein, ein paar Betrunkene.« »Du hast sie provoziert, ja?« »Nein, Herr Choi, ich war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Es war Pech. Ich hatte sie heute Morgen angerufen, aber ich war bewusstlos, und die Typen haben mir mein Handy geklaut.« Eine Pause, lang genug, um in aller Ruhe eine Münze zu werfen. Vermutlich tat er genau das. »Schmeiße ich ihn raus oder nicht?« »Vielleicht kontrollierte er auch nur auf der Rufnummeranzeige, ob es wirklich eine andere Handynummer war.« Ich schluckte und wartete angespannt. Im Geiste sah ich mich schon nach der nächsten Arbeit suchen. »Und wann bist du wach genug, um wieder zu arbeiten?« keifte er so plötzlich in mein Ohr, daß ich zurückzuckte. Vielleicht hatte auch meine verwaschene Aussprache ihn überzeugt, daß ich die Wahrheit sagte. »Fast die Wahrheit.« »Mitte der Woche hoffe ich, jedenfalls«, knuschelte ich. Am Eingang zum Innenhof ging eine Frau vorbei. Das betäubend schwere Lavendelparfum hatte ich auch gut zehn Meter gegen den Wind gerochen. Jeder Treffer mit den hohen Absätzen auf dem Asphalt klang wie ein Schuss, der in meinem Schädel wiederhalte. Sie passte nicht in dieses Viertel. Hier gingen die Leute mit Lockenwicklern und knisternden Synthetik-Jogginghosen zum Einkaufen. Sie dagegen hatte einen braunen Business-Dress an, aufgepeppt mit einem teuren St. Patrick's Day grünen Seidentuch. Klack, klack, klack. »Entweder kommst du gleich am Dienstag wieder zur Frühschicht«, kam es von der anderen Seite der Leitung, »oder gar nicht mehr.« Aber das hörte ich kaum noch, und auch nicht das Knacken, als Joy auflegte. Der Flashback sprang mich so überraschend an, dass ich nur noch wie angeschossen nach Luft japsen konnte, während mein Puls in die Höhe schnellte. Das Klack, klack bekam einen Hall, und dann war ich wieder vor Zoes Haus. Es war nur eine Sequenz. Die aufhellende Nacht. Der Augenblick, in dem ich gegen die Wand geschleudert wurde und sah, wie meine Uhr wie in Zeitlupe davonflog. Fetzen der Lederjacke, die ich im Sprung von den Schultern streifte, bevor Maurice mich ein zweites Mal erwichte. »Die Kleinsten werden die Größten sein«, das hatte Iris einmal im Scherz zu mir gesagt, »Doch das hier war kein Scherz.« Ich sah beide Gestalten. Den kleinen, bulligen Mann mit dem lächerlichen, dünnen Bein und den Schatten. Seine wahre Gestalt. Wahnsinn! Dreihundert, schätzte ich, vielleicht sogar noch schwerer. In Sekunden, die sich zur Ewigkeit dehnten, verfolgte ich, wie meine Hand ihm über Schulter und Kiefer fuhr, die Finger zu Krallen gebogen. Es war also kein russiges Fett unter meinen Nägeln. Das Hochhaus rutschte ins Bild, die Kräne, die geparkten Autos und rechts eine huschende Bewegung. Ich wirbelte herum und fühlte die Zähne, die meine Kniekehle streiften, und sie nur deshalb nicht erwichten, weil ich mich instinktiv fallen ließ und abrollte. Es hatte Vorteile, kleiner und wendiger zu sein. Der Flashback veräppte so plötzlich, wie er gekommen war, und ließ mich keuchend und mit klappernden Zähnen zurück. Der Schock des Begreifens kam erst jetzt. »Verdammt, die Kniekehle! Mir war nicht klar gewesen, wie viel Glück ich gehabt hatte. Kodex hin oder her, dieser verfluchte Mistkall hätte mir tatsächlich die Kniesehne durchgebissen, wenn ich ihm die Chance dazu gegeben hätte. »Brauchen Sie Hilfe?« Mein Kopf ruckte hoch. Das Klackern der Absätze war verstummt, die Frau stand am Eingang zum Hinterhof. Die Farbe ihrer leicht geröteten Designersonnenbrille passte perfekt zu ihrem Haar. Es war glänzend braun, auf Kinnlänge geschnitten, strenger Mittelscheitel. Ein Hochglanzbild wie aus der Werbung. Dazu passte auch das garantiert teure Parfum, das auf meiner Nasenschleimhaut brannte wie Feuer. Ich musste sie anstarren wie ein Wahnsinniger. »Sie sind verletzt,« sagte sie beinahe verlegen, als müsste sie mir erklären, warum sie mich angesprochen hatte. Obwohl sie spätestens jetzt sehen müsse, dass ich noch keine 18 war, siezte sie mich immer noch. Nun deutete sie auf mein Hosenbein. Ich schluckte und sah an mir hinunter. Einer der Kratzer blutete wieder. »Alles in Ordnung«, sagte ich heiser. Ich wandte mich ab und rammte den Schlüssel in das Türschloß. Ein Wunder, dass er nicht abbrach. Es ging einfacher, wenn ich Hände und Füße benutzte, um die Treppe hochzukriechen. Die nächste Folter, der Geruch vom Zitrus, Putzmittel und altem Linoleum, ätzte sich in meine Nase ein. Erst ganz oben wurde es besser. Meine Hände zitterten, als ich die Wohnungstür aufsperrte und in die Wohnung stolperte, wo mich der vertraute Geruch nach staubigem Holz, Taubenfedern und Papier umgab. Ich hatte das Fenster offengelassen. Der Durchzug ließ die unzähligen Blätter, die ich in die Wände gepinnt hatte, rauschen. Ein mit Bleistift gezeichneter Plan der Stadt löste sich von der Wand und segelte auf den Boden. Vorsichtig schälte ich mich aus Gizmusklamotten und ließ mich unter dem Fenster auf dem verzogenen Dielen nieder. Sicherheit Es tat gut, den kalten Frühlingswind auf dem Rücken zu spüren und die Augen zu schließen. Ich musste Zoe warnen, aber ich war zu erschöpft, um jetzt etwas zu unternehmen. Ich musste schlafen. Es raschelte wieder. Vor mir auf dem Boden rutschte der Plan im Luftzug ein Stück in Richtung Tür. Schraffierte Zeitzonen, Skizzen und Schnittmengen der Reviere und an den Rand gekritzelt die Steckbriefe. Bleistift, Skizzen, der Gesichter und daneben die Namen, alle mit Nummern versehen. Bei vielen, deren Namen ich nicht kannte, waren es lediglich Skizzen und Nummern. Nummer drei, der orientalisch wirkende Grauhaarige, der immer dieselben Bücher mit sich herumschlägt und trotz seines Alters so tut, als würde er studieren. Nummer acht, die Frau mit der karierten Artistenjacke, die beim Krankenhaus für ein paar Cent jongliert. Nummer elf, der Obdachlose mit dem langen, blonden Haar, der die Restaurantmeile durchstreift. Insgesamt 14 Leute waren es und unzählige Fragezeichen. Nummer zwölf, Maurice. Gefahr, sechs, Fragezeichen. Alter, 45, 50, Fragezeichen. Größe, Fragezeichen. Wohnung, Nochteil, Fragezeichen. Zeiten, nachtaktiv, 23 bis ca. 3 Uhr, ab Planetarium bis Neubaugebiet, ab 3 Uhr Börsenviertel, oft am Fluss, Einzelgänger, Mark Wasser, duldet Rubio, klar und bab, Fragezeichen. Schatten, Fragezeichen. Ich fichte nach dem Plan, zog ihn zu mir heran und hob einen angekarten Bleistift auf, der unter dem Fenster lag. Ich strich die sechs so fest aus, dass die Spitze des Stiftes das Papier durchstieß. Gefahr, zehn, korrigierte ich in kragliger, zittriger Schrift und umkringelte die Zeile noch dreimal. Größe ca. 3,40 Meter. Wow, aber es stimmte tatsächlich. Ich musste eine Weile gegen das beklemmende Gefühl der Bedrohung ankämpfen, bevor ich das Fragezeichen bei Schatten ausstrich und dann in Druckbuchstaben dahinter setzte, Pantera, Tigris, Altarsia.